Ihr wisst nicht, was mir jetzt gerade passiert ist. Ich laufe hier durch den Wald und es sind mir echt Leute ohne Maske begegnet. Und ich habe jetzt auch echt ein ganz schlechtes Gewissen, weil ich habe auch keine Maske. Ich habe sie nicht aufgesetzt, weil ich sie vergessen hatte. Und ich bin auch 15 Kilometer zu weit gelaufen. Ich bin ganz weit von zu Hause weg. Also ich hoffe, dass ich gleich nach Hause komme, dass ich die Maske aufsetzen kann. Also das geht echt. Entschuldigt bitte, aber... Ja, und ich habe noch was vergessen. Hier gibt es keine Riege. In den ganzen Wald gibt es keine Riege. Ich glaube, die gehen alle in die Stadt.